Rauschend umspielt es Steine, formt beständig die Landschaft und fügt sich sanft zwischen Bäume, Berge und Täler. Wasser. Demütig wie gestaltlos scheint es uns zu dienen und doch hinterlässt es bleibende Spuren und gestaltet mit jedem Tropfen unser Leben. Schreiten wir mit unseren Füßen durch die kühle Strömung der Bäche, spüren wir, wie sich ein lebendiges Gefühl in unseren Gliedmaßen ausbreitet. Tauchen wir ein in die Tiefen des vorbeiziehenden Flusses, so merken wir, wie unser Körper die Kälte in wärmende Energie umwandelt. Blicken wir auf die ruhige Oberfläche der Seen. Durchdringt eine tiefe Ausgeglichenheit unseren Geist. Richtig angewandt ist Wasser wohl das einfachste, wie sicherste Heilmittel der Natur. Als nährendes Quellwasser, gezielter Kneippguss oder in einem erfrischenden Wassertretbad. Die Kraft des Wassers ist ein unerschöpfliches Elixier für unser Wohlbefinden. Die Kraft des Wassers Die Kraft des Wassers Die Kraft des Wassers